Diese Bühne, Tänzer aus der ganzen Welt an und zum Ensemble zu gehören, erfüllt sie mit Stolz. Der Kubaner Michael muss sich normalerweise in die Gruppe der Tänzer einreihen, heute Abend ist er aber wieder mal Solist. Ein Star zu sein, gibt unglaubliches Selbstvertrauen und das Gefühl, es geschafft zu haben in deinem Beruf. So wie wenn du Chef eines großen Unternehmens bist. Du weißt, du bist oben, du hast es geschafft. Das Moulin Rouge und der Eiffelturm haben etwas gemeinsam. Sie sind im gleichen Jahr entstanden, 1889, und ziehen seitdem die Besucher in ihren Bann. Wer wie Michael zehn Jahre die Showtanz hat, hat eine innere Uhr, wann welcher Einsatz kommt. Vier Augenpaare schauen gebannt auf die Bühne, verfolgen jeden Schritt der Tänzerinnen und Tänzer, versuchen sich die einzelnen Elemente zu merken und sind voller Bewunderung für Tänzer wie Michael. Ich liebe die Show, jede Minute. Die Mädchen sind wunderschön, die Kostüme auch, aber ich bin schon etwas ängstlich und aufgeregt. Die Tänzerinnen sind alle so gut. Ich weiß nicht, ob ich so gut sein kann. Das ist alles so umwerfend und ich bin sehr aufgeregt. Verständlich, denn in nur drei Wochen werden Simon, Fushia, Jamila und Martin dort auf der Bühne stehen. Bis vor 16 Jahren war Ballettmeisterin Janet selbst Tänzerin im Moulin Rouge. Zwei der jungen Australierinnen haben ihr schon mehrfach vorgetanzt. Jetzt hat es endlich geklappt mit einem Engagement für ein Jahr. Es ist sehr eng hier hinter der Bühne. Es ist ja ein uraltes Haus. Aber es ist schon unglaublich, wie wir den Platz hier nutzen. Ihr werdet das alles noch genau erkunden. Das ist ja jetzt euer Zuhause. Gleich am nächsten Morgen im Moulin Rouge, das erste Training beginnt mit dem schwersten, dem French Con Con, dem Tanz des Moulin Rouge. Wenn ihr die Beine so hoch schmeißt, haut ihr sie euch direkt ins Gesicht. Kicks, Spagat, Ratschlagen, fünf Stunden fast ohne Pause. Die vier neuen reagieren da sehr unterschiedlich. Entspann dich, Fushia, du Stück Holz. Ich schlag dir vor, du nimmst morgen vor der Probe meinen Drink. Nachts ausgehen in Paris, das ist für die Australierin Gemila erst mal nicht angesagt. Ich bin sehr nervös. Bin gerade eben gefallen. Aber es geht schon wieder. Meine Stimmung ist prima. Ich liebe Tanzen. Ich bin allerdings nicht so gut, wie ich dachte. Da muss ich noch ganz schön kämpfen. Es wird hart werden. In drei Wochen müssen alle Schritte sitzen. Nur drei Wochen haben die neuen Zeit bis zur ersten Show. Aus dem Spagat wieder aufstehen und das auch noch elegant, das will gelernt sein. Trainerin Amanda war selber Tänzerin im Moulin Rouge. Ich bin sehr zufrieden. Die vier lernen sehr schnell. Für den ersten Tag war das großartig. Nach den ersten Tagen werden ihnen ganz schön die Beine wehtun. Dann müssen wir das Tempo drosseln. Es sind nur wenige Minuten von Ophelias Wohnung zu ihrem abendlichen Arbeitsplatz. Die Tänzer müssen bis spätestens 20.30 Uhr im Theater sein. Sonst gibt es einen Verweis. Auch wenn sie zwei Kilo abnehmen oder zunehmen. Ophelia ist gerne etwas früher im Moulin Rouge, obwohl sie seit zehn Jahren Routine hat. Denn heute übernimmt sie wieder eine der Hauptrollen in der Revue. Und für das besondere Show-Make-up braucht auch sie 30 Minuten. Es ist hart, so eine Leidenschaft zu leben. Man muss viel opfern, Härte und Disziplin sich selbst gegenüberhaben. Als ich ein Teenager war, gingen meine Schulkameradin an den Strand und ich in die Tanzschule. Aber es hat sich gelohnt. Aufwärmen und dehnen ist für einen Tanzprofi das absolute Muss. Schnell sind Bänder gedehnt, Sehnen gezerrt, wenn man nicht aufpasst. In den letzten Jahren musste Ophelia nur sehr selten wegen einer Verletzung aussetzen. Zum Beispiel mit Problemen am Knie. Tanzen und besonders der Konkon, das ist wie Hochleistungssport und nicht ganz ungefährlich. Eine kleine Verletzung müssen wir sofort behandeln lassen. Schließlich sind wir sechs Tage die Woche auf der Bühne und haben jeden Abend zwei Shows. Wenn man nicht aufpasst, kann sich sonst was Ernsthaftes draus entwickeln. Und dann, wenn der Vorhang aufgeht, verwandelt sich die zurückhaltende Ophelia in eine Frau mit Lämmer, in einen Star. Nur 15 Minuten liegen zwischen der ersten und der zweiten Show. Da muss jeder Handgriff sitzen, hinter der Bühne sowie im Saal. In Windeseile werden die Tische neu eingedeckt. 900 Zuschauer verlassen den Saal, 900 neue nehmen Platz. Es ist ein internationales Publikum, das Oberkellner Vincent bedient. Er spricht natürlich mehrere Sprachen. Abgelenkt war er nur einmal, an einem Abend vor fünf Jahren, von Ophelia. Ich habe hochgeschaut und da stand sie. Wow, wundervoll. Es war Liebe auf den ersten Blick, auch wegen ihrer Schönheit. Wir sind dann ausgegangen und haben uns nach und nach kennengelernt. Hier im Showbetrieb ist das ja schwer möglich, sie auf der Bühne und ich im Saal. Einen Heiratsantrag hat er seiner Ophelia schon gemacht. Der Termin ist aber noch nicht festgelegt. Alle Mädchen sind schön, aber sie ist die Schönste. Schauen Sie. Für die 80 Tänzerinnen und Tänzer stehen jeden Abend 21 Männer und Frauen hinter den Kulissen bereit. Ohne sie wäre es schier unmöglich, alleine die aufwendigen Kostüme an- und auszuziehen. Alexandre, stellvertretender Chefkostümier auf seinem Kontrollgang. Geht es besser mit dem Helm? Wir haben dran gearbeitet. Er ist okay. Er ist nicht zu klein. Geht schon. Gut, Scheri. Du hast ein Problem mit dem BH? All die nackten Tänzer um mich herum, das ist alltäglich geworden. So wie die Nacktheit sowieso. Die ist bei uns vollkommen normal. Ich arbeite ja mit den Kostümen und nicht mit dem Körper. Mit Stars wie Michael ist Alexandre besonders streng, aber immer mit einem Scherz auf den Lippen. Oh je, die Schleife, schmutzig vom Neck ab. Und der Knopf unten auch. Hast du dir auch die Hände gewaschen? Ja, habe ich. Ich passe auf. Es sind ja sehr teure Stoffe. Ich versuche das Beste. Gut, morgen werden wir die Sachen reinigen. Auch tagsüber dreht sich hier im Moulin Rouge alles um die Show am Abend. Perfektion ist die Devise. Alles greift ineinander wie Zahnräder in einem Uhrwerk. Jeden Abend werden gerade die Kankankleider sehr stark beansprucht. Die Tänzerinnen zerreißen den Saum mit ihren Absätzen. Zwischen den beiden Shows reparieren die Garderbieren schnell die Rüschen für die zweite Show. Aber die richtige Reparatur wird in den Ateliers gemacht. Im gigantischen Kleiderschrank des Moulin Rouge ist jedes Stück mit dem Namen der Tänzer versehen. Akribisch werden die Kostüme nach Schäden kontrolliert und hier in den eigenen Ateliers ausgebessert. Wie die Kankankleider, die 4000 Euro kosten. Tausende von Schleifen in allen Farben, Pailletten, Bänder lagern hier wie in Alibabas Schatzkiste. Diese Strümpfe sind exklusiv und sie machen eine perfekte Linie. Alle Fehler werden behoben, obwohl die Tänzerinnen ja eh einen tollen Körper haben. Aber diese Strümpfe machen halt tolle Beine und eine sehr schöne Farbe. Guten Tag, alle zusammen. Wie steht es mit dem Tomatenkostüm? Es ist fast fertig. Ist das das letzte? Ja, es ist das letzte Tomatenkostüm, das wir hier gefertigt haben. Die Federschmuckmacherinnen sind eine der letzten in ihrem Gewerbe. Der Familienbetrieb Février wurde vor kurzem vom Moulin Rouge übernommen. Nein, es ist nicht schwieriger mit Federn zu arbeiten als mit normalen Stoffen. Die Federn lassen sich genauso gut schneiden und kleben, im Gegenteil. Es ist viel angenehmer mit Federn als mit Stoff zu arbeiten. Eine Schneiderin würde wahrscheinlich das Gegenteil behaupten. Wahre Schätze lagern hier, aus denen die edlen Federkostüme entstehen.